Ich bin die Marianne Lanner. Ich bin seit zehn Jahren da im Lammertäuer verheiratet, am Spießhof. Ich habe zehn Kühe. Den Tieren soll es gut gehen, muss es gut gehen, weil es mir dabei gut geht. Sie streuen eigentlich schon eine Ruhe aus, auch wenn es ihnen gut geht. Milch ist für mich eines der wunderbarsten Sachen, die es gibt. Wir haben in der Schule einen Tierarzt gehabt, der hat immer gesagt, Marianne, Vierer haben genauso Gefühle wie Menschen. Mir hat das aber so gefallen und ich denke eigentlich oft auf den Tierarzt auf. Sie zeigen das schon mit der Freiheit, dass sie wieder raussehen können oder genauso im Herbst, wenn sie wieder rein können in den Stall. Wir haben den Betrieb ca. zehn Jahre übernommen. Wir haben eine Halbbelüftung eingebaut. Das Futter ist noch grün und man sieht Kräuter und das ist also hochwertiges Futter, was wir da verfüttern. Man kann noch gute Milch kriegen von gesunden Tieren. Ich glaube, ich möchte meinen Beruf gern keinen eintauschen. Also ich will mit Leidenschaft bei rennen und ich hoffe, dass es noch lange dauern dürfen. Ich hoffe auch, dass irgendwann unser Betrieb weitergeht und es ist eines von meinen Kindern, der es weitermacht. Ich finde, das ist ein schöner Beruf. Salzburg Milch, die Premium Milchmacher.